Sie sagten mir vorhin, dass Europäaner bislang eigentlich eher so als Phantom hier zugegen gewesen sei. Ich bin jetzt sozusagen die Inkarnation des Phantoms und möchte zu Ihnen sprechen über einen relativ abstrakten Gegenstand. Ich habe es genannt Objekt, Prozess und Kontext. Es geht mir darum, was semantische Technologien eigentlich für Potenziale eröffnen, für Gedächtnisorganisationen und natürlich geschieht das am Beispiel von Europäaner. Das ist mein Menü. Ich möchte also beginnen mit meiner Sicht dessen, was die Objektperspektive traditionellerweise in Museen, Archiven und Bibliotheken immer gewesen ist, in Absetzung zur Prozessperspektive, die im zweiten Teil meines Vortrags eine größere Rolle spielt. Ich komme dann ein bisschen auf die Technik. Wenn wir über semantische Technologien sprechen, bleibt es nicht aus, dass wir uns kurz darüber verständigen müssen, was das eigentlich ist. Ich gehe also auf RDF ein, das Resource Description Framework, schlage von dort den Bogen zum European Data Model und spreche dann darüber, wozu das Ganze eigentlich gut ist. Es ist nämlich ein Modell für die Kontextualisierung und die Gleichung, die hier steht, Wissen gleich Information plus Kontext, ist konstitutiv für den dritten Teil des Vortrags. Und schließlich komme ich darauf, wie wir in Zukunft auf dieser neuen technischen Basis Objekt- und Prozesssicht in Gedächtneseinrichtungen anders denken können. Und schließe ab mit neuen Fragen, neuen Chancen. Das war die Welt der Bibliotheken. Das ist noch gar nicht lange her. Dieses Bild ist 2005 aufgenommen worden. Der große Zettelkatalog in der Sterling Memorial Library. Das waren sozusagen die Herzen von Bibliotheken. Diese Kataloge. Und diese Kataloge verzeichneten Objekte. In dem Wort Katalog steckt das Verzeichnis. Katalogos ist das Verzeichnis, die Liste, ein Warenangebot. Das Verb dazu, Katalegien, kann man übersetzen mit aufzählen oder in Listen eintragen. Es geht dabei immer um etwas Abgeschlossenes. Ein Bestand. Etwas, was prinzipiell lokalisierbar ist, in einer Bibliothek abgeschlossen und aufzählbar. Und das bedeutet auch, die Entitäten in diesem Bestand müssen sozusagen listenfähig sein. Sie müssen abgeschlossene Entitäten in sich sein. Objekte. Und die kann man beschreiben. Das taten Bibliothekare jahrzehntelang mit solchen Karten in ihren Katalogen. Sie tun es heute mit solchen hässlichen Datensätzen. In der Sache tun sie damit nichts Neues. Sie referenzieren immer etwas, was sie als Bestand begreifen. Und dieser Bestand ist konstituiert durch Objekte, die in sich geschlossen monolithisch gedacht sind. Die Bücher und deren Attribute beschreiben Bibliothekare in Katalogen. Und damit tun sie, egal ob sie nun über Bücher sprechen oder über PDFs oder über genuin digitale Objekte, sie tun eigentlich immer das Gleiche. Sie erstellen einen Metadatensatz. In dem steckt ein Pointer auf das Objekt und der vermittelt den Zugriff auf das Objekt, der eben über diesen Katalog gewährleistet wird. Der Benutzer muss immer durch diese Schicht hier durch. Und bekommt dann den Zugriff auf Objekte vermittelt. Und das Ganze ist völlig statisch. Es ist im Grunde ein Containerverwaltungssystem. Diese Objektsicht ist in Bibliotheken immer prägend gewesen. Dort war die Sicht rein statisch. In Museumsordnungen ist die Sicht ein bisschen anders. Auch in Museumsordnungen, nach meinem Dafürhalten, ist die Objektsicht konstitutiv. Die Sammlungen von Museen und die Art und Weise, wie sie präsentiert werden, entwickeln sich meist sehr stark immer noch vom Einzelobjekt her. Aber das Objekt ist sehr viel stärker kontextualisiert. Museen verwenden sehr viel mehr Zeit darauf, Kontext für Objekte herzustellen. Bibliothekare tun das in der Regel nicht. Und schließlich ganz anders ist die Perspektive in den Archiven. In den Archiven gibt es eigentlich, ganz brutal gesprochen, gar keine Objekte ohne Prozesse und ohne Kontext. Das heißt, der Provenienzkontext, in dem das Objekt eingeschrieben ist, konstituiert ihn recht eigentlich erst. Und das heißt, die Perspektive ist im Grunde gegenüber der objektgetriebenen Bibliotheksperspektive genau verkehrt. Hier meine erste These. Die objektgetriebene bibliothekarische Logik hat bislang eigentlich alle Kulturportale dominiert. Bis hin zu dem, was Sie heute von Europäaner im Netz sehen können. Und die zweite These. Ein RDF-Graphen-basiertes Modell wie das Europäaner Data Model kann dieses grundlegend ändern. Darum vor allem geht es mir in diesem Vortrag. Und damit müssen wir uns jetzt erstmal darüber klar werden, was eigentlich mit RDF-Graphen-basiertes Modell gemeint ist. Jetzt wird es notgedrungen technisch. Und wir müssen uns kurz darüber klar zu werden versuchen, was das Web technisch eigentlich ist und wie es sich derzeit entwickelt. Und warum wir derzeit von einem Semantic oder Linked Data Web sprechen. Dies hier, dieses Dokument ist die Geburtsurkunde des Web sozusagen. Das ist der berühmte Vorschlag für ein Information Management System, den Tim Berners-Lee 1989 seinem Arbeitgeber am CERN vorgelegt hat. Und diese erste Version des Web war ein System von Dokumenten, die untereinander verbunden waren. So wie Sie es hier sehen. Ein Dokument, dieses Zentrale hier. Tim Berners-Lee, Worklist, CERN-Doc Included und so weiter. Es gibt also Ressourcen, Dokumentressourcen und Verbindungen zwischen Ihnen. Diese Verbindungen sind übrigens in dem ersten Proposal von Berners-Lee interessanterweise sogar schon typisiert. Wir kommen gleich darauf, dass sie in der ersten Implementierung des Web noch nicht mal typisiert waren. Und gegenüber diesem Bild ist das Linked Data Web eine Erweiterung im doppelten Sinne. Nämlich einerseits im Sinne der Syntax, der Art und Weise, Aussagen über Objekte im Web zu ermöglichen. Und im Sinne des Umfangs. Denn das ursprüngliche Web in der Vision von Berners-Lee war ein Web von Dokumenten. Und das Linked Data Web erweitert dieses Paradigma und macht so gut wie alles auf der Welt im Web repräsentierbar. Fangen wir mit der Syntax an. Das ist ein einfacher, kleiner HTML-Graf, der etwas über zwei Ressourcen sagt. Nämlich auf der linken Louvre-HTML, auf der rechten La Joconde-JPEG. Zwischen den beiden besteht eine Verbindung. Das ist ein klassischer HTML-Graf. Wir haben zwei Ressourcen. Die haben Identifier und einen Link zwischen ihnen. Und als Menschen haben wir damit schon relativ viel. Denn wir können Vermutungen darüber anstellen, was für Arten von Entitäten Louvre-HTML und La Joconde-JPEG sind. Wir wissen vielleicht, dass La Joconde der französische Name für die Mona Lisa ist. Wir wissen, dass Louvre ein Museum ist. Wir wissen, dass beides französische Wörter sind. Wir können also kulturellen Kontext inferieren. Eine Maschine kann das alles nicht. Keine Ahnung, was für einer Klasse von Objekten diese beiden Ressourcen eigentlich angehören. Und gleiches trifft auf die Beziehung zwischen den beiden zu. Die Beziehung zwischen diesen beiden Ressourcen, die inferieren wir. Wir wissen, dass Bilder in Museen hängen. Also nehmen wir an, dass das letztlich die Aussage dieses Graphen ist. La Joconde hängt im Louvre. Auch hier wieder hat die Maschine keine Chance, zu einem solchen Schluss zu kommen. Also müssen wir es ihr sagen. Und das tun wir mit RDF. RDF, das Resource Description Framework, typisiert links und sagt jetzt, wie in diesem Beispiel hier, das eine enthält das andere. Oder allgemeiner gesprochen, wir erweitern die Syntax dessen, was man im Web aussagen kann, so, dass wir mit kleinen Sätzen, sogenannten Trippeln, die immer ein Subjekt, ein Prädikat und ein Objekt enthalten oder eine Resource, eine Property, ein Value, wenn Sie so wollen, Aussagen machen können über Ressourcen im Web. Das ist das Resource Description Framework. Und das sind in gewisser Hinsicht die Atome dessen, was wir Semantic Web nennen. Zum Semantic Web oder zum Link Data Web wird es dadurch, dass wir dann auf diese einfachen Aussagen noch eine Grammatik setzen. Eine Schemasprache, RDFS abgekürzt. Und die enthält weitere Konstruktoren und Elemente, die es mir erlauben, Sätze in Klassen zu organisieren. Und dann Hierarchien von Klassen und Eigenschaften zu modellieren und in diesen Hierarchien Eigenschaften zu vererben. Und damit bekommen wir eine Unterstützung für einfache Schlusssysteme, auf die ich am Schluss dieses Vortrags dann auch nochmal praktisch kommen werde. Und damit werden meine Aggregationen von Trippeln, denn von diesen kleinen Sätzen über Dinge im Web, gibt es eben viele, viele Milliarden, so kann ich denen Strukturen einziehen, kann sie modellieren und kann daraus leichtgewichtige sogenannte Ontologien machen. Ontologien, ein weiteres Wort, das die Informatiker von den Philosophen gekapert haben. Bei den Informatikern bedeutet es einfach das Wissen, das über einen Ausschnitt von Welt mit Hilfe solcher RDF-Statements modellierbar ist. Das ist die eine Erweiterung des Web in der Syntax. Die zweite Erweiterung betrifft den Scope, den Erstreckungsbereich des Web. Das erste Web war konzipiert als ein Web von Informationsressourcen, die genuin nur im Web existierten, Dokumente. Die Erweiterung des Web, die wir jetzt erleben, macht es möglich, beliebige Dinge auf der Welt, in der Terminologie des W3C, sogenannte Non-Information Resources, im Web zu repräsentieren. Und das sieht dann technisch so aus, wie Sie es hier abgebildet sehen. Dies hier ist meine Repräsentation eines wirklichen Dings in der Welt, nicht weit von hier, des Brandenburger Tors. Und diese Repräsentation als Web-Ressource ist verbunden mit anderen Ressourcen im Web, jetzt wieder über solche Triple-Statements, nämlich hier nach links mit einer Ressource namens DBpedia.org. Das ist die RDF-Version der Wikipedia. Die enthält die Konzeptsicht, wenn Sie so wollen, auf das, was hier beschrieben werden soll. Enthält auch außerdem noch einen Link zu einem Label. Und alternativ können Sie eine Verbindung herstellen zwischen dieser Repräsentationsressource und einem Bild, wie hier nach oben rechts. Und zwischen dem Bild und der Konzeptressource besteht eine Verbindung, auch wieder im Sinne von DC Terms Description, das eine beschreibt das andere. Wieder ein einfaches Set von Triple-Statements, die ich in diesem Fall verwende, um etwas zu sagen über einen Teil der wirklichen Welt außerhalb des Web, die hier im Web repräsentierbar wird. Und diese Konstrukte sind die Basis für das, was wir in Europeana seit zweieinhalb Jahren erarbeitet haben, das sogenannte Europeana Data Model. Das Europeana Data Model ist ebenfalls eine Ontologie, die letztlich Aussagen möglich machen soll über kulturelle Artefakte aller Art als Teil von Web-Aggregationen. Und damit sehen Sie hier in dem Klassenmodell des Europeana Data Model wieder die eben schon angedeutete Unterscheidung zwischen Information Resource und Non-Information Resource an der Spitze der Klassenhierarchie. Und darunter dann auf der einen Seite links die Dinge, die in der wirklichen Welt als Kontextinformation für kulturelle Artefakte existieren und in Europeana modelliert werden müssen, wie Ereignisse, Agenten, Orte, physische Dinge, Konzepte oder auch Zeitspannen. Und auf der rechten Seite sehen Sie den Begriff Europeaner Aggregation. Das ist die Beschreibung der kulturellen Artefakte selbst in einer Syntax, die ich Ihnen jetzt gleich illustrieren werde. Und wie dieses Klassenmodell gibt es in dieser Ontologie auch ein Eigenschaftenmodell, mit dem Sie die Beziehungen zwischen Instanzen dieser unterschiedlichen Klassen in dem Datenmodell organisieren können. Ich gehe jetzt hier nicht ins Detail, aber es ist ein Modell, das so allgemeingültig formuliert und spezifiziert ist, dass Sie damit kulturelle Artefakte aller Art repräsentieren können. Wie sieht das aus? Hier haben Sie die Repräsentation, die ein Buch in diesem Fall, die Fleur du Mal, bei der BNF in Paris bekommt. Das ist also wieder einer dieser hässlichen Unimark-Datensätze. So sieht das auf der Webseite der BNF dann aus. Das ist die Repräsentation der Fleur du Mal in HTML, in Gallica. Und so würde man das jetzt im EDM darstellen. Im EDM hätten wir einmal hier das wirkliche, zu repräsentierende Cultural Heritage Objekt. Wir hätten hier etwas, was wir den Proxy nennen. Das steht für eine Sicht dieses Objektes und bindet dann Metadaten, beschreibende Metadaten und Kontextdaten. Dieses Objekt hat digitale Repräsentationen, Thumbnails, Bilder und es hat semantischen Kontext. Es ist verbunden mit Personen, mit Konzepten, mit Organisationen. Das sind die violetten Kugeln hier. Und all dies wird zusammengehalten durch einen zentralen Knoten, die sogenannte Aggregation. Und die wiederum wird beschrieben durch eine sogenannte Resource Map. Das Wichtige an diesem Modell ist, es ist ein grafenbasiertes Modell. Das heißt, es ist eine Aggregation von Trippeln, wie ich sie Ihnen eben nahezubringen versucht habe. Und es ist im Prinzip beliebig erweiterbar und verlinkbar. Damit kommen im Übrigen Probleme einher, auf die ich gleich auch nochmal kommen werde. Hier haben Sie ein zweites Beispiel für so eine Modellierung im EDM. Hier hätten wir eine Darstellung der Mona Lisa. Die können wir kontextualisieren. Das heißt, wir können sie in Verbindung bringen mit dem Agent Leonardo. Wir können sie örtlich kontextualisieren. Wir können sie in der Zeit kontextualisieren, in eine Periode also einschreiben. Und schließlich können wir sie mit Entitäten aus Wissensorganisationssystemen hier drei Konzepten aus einem Skostesaurus in Verbindung bringen. Das heißt, wir können Objekte reich kontextualisieren. Aber wir können jetzt nicht nur eine Objektsicht einnehmen, sondern eben auch eine prozessbezogene Modellierung vornehmen. Auch hier bleiben wir wieder beim Beispiel Mona Lisa. Mona Lisa ist erschaffen worden. Das ist ein ENS-Event jetzt in unserer Terminologie zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort. Und Mona Lisa ist dann verbracht worden von François Promier von Italien nach Frankreich. Und auch dies ist ein Stück Ereignis, in das dieses Objekt eingeschrieben ist. Das heißt, wir bekommen mit einem solchen Modell neues Potenzial für Gedächtniseinrichtungen. Wir können Objekte kontextualisieren, Objekte und ihre Eigenschaften kontextualisieren und können das aus einer Objektsicht primär tun und primär von den Relationen her denken. Das Denken von den Relationen her ist etwas zumindest aus bibliothekarischer Sicht völlig Neuartiges. Im Prinzip werden in diesem Ansatz die Prozesssicht und die Objektsicht prinzipiell gleichwertig. Und das kann die Gewichte in Kultureinrichtungen ganz erheblich verschieben. Allerdings nur, wenn tatsächlich alle ihre Daten in einem solchen Modell auch frei verfügbar machen. Einige von Ihnen werden wissen, dass wir in Europäer eine durchaus noch kontroverse Diskussion haben, in der weniger die Bibliothekare das Problem sind, als die Vertreter aus Museen und Archiven, die ein Problem damit haben, ihre Daten in einem solchen Modell wirklich frei verfügbar und frei verlinkbar zu machen. Das ist unbedingte Voraussetzung dafür, dass das, was ich Ihnen hier zu schildern versuche, sein Potenzial tatsächlich entfaltet. Und das muss keinesfalls ausschließen, dass auch dauerhaft klar bleibt, von wem diese Daten kommen, dass also eine Attribution durchaus erfolgen kann. Was kann man jetzt damit machen? Wir können mit diesem Modell Objekte kontextualisieren, habe ich gesagt. Und damit schaffen wir letztlich Maschinen für die Wissensgenerierung. Das im Kern ist das, was Europäer aus meiner Sicht werden sollte. Und das geschieht, indem wir diese einfache Grundfigur des EDM, die Sie hier nochmal sehen, die Kombination aus Physical Thing, Aggregation und Proxy, kontextualisieren, wie hier angedeutet, und damit letztlich einschreiben in ein Bild, das wir schon sehr frühzeitig in Europäer nachgemalt haben, in dem wir gesagt haben, die Daten, Datenarchitektur oder die Informationsarchitektur dieses Systems soll sich signifikant unterscheiden von dem Bild, das Sie zu Anfang dieses Vortrags gesehen haben. Sie erinnern sich, die bibliothekarischen Metadaten und die Pointer auf die Objekte. Dieses soll ein wesentlich interaktiveres Modell sein, in dem die Objektrepräsentationen, die Sie auf der unteren Schicht hier sehen, die im EDM modellierbar sind, untereinander vernetzt und verlinkt sind, aber eben auch verlinkt sind mit der Schicht darüber, der semantischen Schicht, die Sie kontextualisierbar machen und damit zum Teil von Wissensräumen werden lassen. Und dieses Modell kann man nun seinerseits benutzen, um die Verständnisschwierigkeiten, die es durchaus gibt zwischen den unterschiedlichen Communities, auch in Europäana. Bibliotheke, Archiven und Museen haben sehr unterschiedliche Auffassungen davon, was ein Objekt ist und was seine konstitutiven Eigenschaften eigentlich sind. Um diese Differenzen zu überbrücken, kann ich die semantische Schicht vor allem verwenden, um eine Interoperabilität auf der Konzeptebene herzustellen. und schließlich kann ich dieses Modell einklinken in einen viel größeren Zusammenhang, nämlich in diese Wolke hier, die Sie wahrscheinlich in den letzten Monaten in vielen Vorträgen schon gesehen haben. Das ist die Linked Open Data Wolke mit der zentralen Ressource DBpedia, die ich vorhin schon erwähnt habe. Und Europäana ist seit September diesen Jahres Teil dieser Wolke. Technische Voraussetzung dafür war das EDM. Denn dieses hier sind alles freie RDF-Ressourcen. Und seitdem Europäana zumindest in Gestalt des Linked Data-Piloten eine solche ist, sind wir Teil dieses Bildes. Und damit entstehen neue Fragen und neue Chancen. Jenseits von Katalogdatensätzen mit einem solchen Aggregationsmodell mit RDF-Grafen kann man sich zum Beispiel fragen, wo beginnen diese Aggregationen eigentlich, wo enden sie? Das, was ich Ihnen hier jetzt mit Farben so suggeriert habe, dass diese Kügelchen jeweils zu drei Haufen zusammengehören, das muss irgendwie konstituiert werden. und damit stellt sich die Frage, was konstituiert die Grenzen von solchen RDF-Aggregationen? Wo fangen sie an? Wo hören sie auf? Wo hört das Objekt auf? Wo beginnt der Kontext? Was ist Teil einer Aggregation? Wo beginnt ihr Kontext? Spannende Frage, welcher dieser Knoten war eigentlich zum Zeitpunkt X mit welchem anderen verbunden? Wie kann ich das Ganze also auch in der Zeit organisieren? Wie kann ich ein solches Konstrukt, solche Segmente des Link-Data-Webs eigentlich versionieren? Wie kann ich die Frage beantworten, welcher dieser Knoten wann Teil welcher Aggregation war? Das heißt, wir kriegen eine ganze Menge neue Herausforderungen auf den Tisch, über die ich als Informationswissenschaftler natürlich glücklich bin, weil sie uns über Jahrzehnte in Lohn und Brot halten werden. Aber wir kriegen auch neues Potenzial. Wir können Inferenzen produzieren. Gegeben sei dieses kleine Trippelchen hier, das da sagt, dass die eine Ressource namens White Noise vom Typ Buch ist und ein zweites Trippel, das sagt, dass Bücher, die Klasse Buch, eine Unterklasse ist von Artistic Work. Mit diesen beiden Trippeln kann eine Maschine und dazu braucht es jetzt kein menschliches Zutun mehr eine dritte Aussage inferieren, nämlich diese hier, dass White Noise vom Typ Artistic Work sein muss. Das kann sie selbst und damit kann sie letztlich Kontextbezüge verwenden, um einfache logische Schlüsse und schlussbasierte Verfahren aufzubauen. Und solche Verfahren haben ein unglaubliches Potenzial, gerade für Kultureinrichtungen. Das will ich Ihnen an einem etwas humoristischen Beispiel erläutern. Das ist ein Beispiel, das ich von Jill Cousins übernommen habe, mit dem sie das immer zu illustrieren versucht. Hier haben wir ein Aussagensystem über Wikinger. Das ist ganz deutlich nicht die norwegische Perspektive. Da ist die Rede von Criminals und Pillagers, National Disasters, Savages, Foreign Culture, Pirates, Ravagers. Das sind alles Trippel, die hier typisiert Aussagen über die Wikinger machen. Und es gibt ein zweites Aussagensystem, das ist das norwegische. Da reden wir von Great Navigators, Craftsmen, People, Founders of Cities, Adventurers and Loving Fathers. Und jetzt schalten Sie die beiden Aussagensysteme zusammen, kriegen Sie dieses Bild hier. Jetzt sagen Sie diesen beiden hier gibt es die Beziehung Cous, Exact Match, sind beides die gleichen Ressourcen. Wir reden über das Gleiche auf der Konzeptebene. Dann kann ich einen Graphen aufbauen, jetzt aus Nutzer-Sicht, aus Heuristik-Sicht, der so aussieht. Der geht von den Loving Fathers bis zu den Ravagers. Und ich kann auf diese Weise in solchen Aussagensystemen sehr komplexe Zusammenhänge herstellen. Ich kann letztlich Kulturerbe, das so repräsentiert ist, ganz anders nicht nur repräsentieren, sondern auch prozessieren. Und das kann ich mit maschineller Hilfe tun. Das heißt, ich kann auf diese Weise auch wissenschaftlich interessante Dinge tun, die in der Vergangenheit, jedenfalls in dieser Skalierung, nicht möglich waren. Und damit komme ich zum Schluss, zu den Potenzialen und Fragen für Kultureinrichtungen. Wenn Sie sich all das, was ich Ihnen jetzt vorzustellen, versucht habe, durch den Kopf gehen lassen, dann wird klar, dass wir einiges gewinnen. Wir können zeitlichen, räumlichen, begrifflichen Kontext von Artefakten in ganz anderer Weise modellieren, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist, auch mit einer ganz anderen Dynamik, als das in der Vergangenheit möglich war. Wir können konkurrierende Aussagensysteme zulassen. wir bekommen ein ganz neues Interaktionspotenzial auch mit unseren Nutzern, denn solche Mechanismen können Sie ergänzen um soziale Interaktionsmechanismen und dann können Ihre Nutzer mit ihrem Aussagensystem interagieren, es erweitern und damit werden aus den Objektsilos, die unsere Kultureinrichtungen, viele unserer Kultureinrichtungen jedenfalls lange Jahre vornehmlich gewesen sind, Systeme für die Wissensgenerierung, die ein auch ganz anderes wissenschaftliches Potenzial dann letztlich haben und Gedächtniseinrichtungen werden damit Teil globaler Wissensarchitekturen. Das sind jetzt alles die schönen Aspekte. Hinter all dem steckt eine hässliche Frage, das ist diese. Wenn das alles so wird, wie viele partikulare Institutionen brauchen wir denn dann tatsächlich noch? Wie viel von all dem löst sich in Linkbeziehungen im Web auf? Wie viel harten Institutionenbezug brauchen wir dann im echten Sinne noch? Das ist eine Frage, über die wir gut täten, in den nächsten Jahren intensiv nachzudenken, bevor irgendwann Politiker auf die Idee kommen, dass man diese ganzen Institutionen einfach nicht mehr braucht, weil sie ja alle im Link-Data-Web gut aufgehoben sind. In diesem Sinne danke ich Ihnen für hoffentlich Ihre Nachdenklichkeit und für eventuelle Fragen. Vielen Dank, Herr Gratmann. Herr Gratmann sagte mir schon vor seinem Vortrag, dass es zeitlich knapp werden wird mit den Fragen und er hat dann sofort reagiert und hat die Fragen einfach in seinen Vortrag eingebaut. Gleich an zwei Stellen kamen Fragen und sofort auch die Antworten. Das finde ich ja schon sehr beachtlich. Trotzdem ein oder zwei Fragen aus dem Publikum haben wir noch. Das hat mich aber doch erinnert Ihre Wissensarchitektur an relativ simple Mengenbeziehungen enthält oder Durchschnitt das müsste aber schon seit geraumer Zeit gehen bei Datenbank. Das waren jetzt erstens Beispiele für ganz einfache Typisierungen. Sie können beliebig reiche und differenzierte Typisierungen in solchen Ontologien finden. Es gibt natürlich auch in Datenbanken solche impliziten Kontextoperationen aber die sind statisch. Die können nicht zu einem dynamischen Graphen aufgebaut werden wie in diesen Systemen. Aber sie können Inhalte von relationalen Datenbanken mit aufsetzen wie die oder anderem ganz einfach in ein solches Triple Modell überführen. Eine Frage war dort noch. Da ist das Mikrofon schon. Die zunehmende Vernetzung von verteilt liegenden Ressourcen eröffnet natürlich ganz neue Perspektiven. Aber ist das nicht eigentlich ein Albtraum, warum, wenn man an die Archivierung denkt? Archivierung ist vielleicht gar nicht das große Problem aus meiner Sicht. Das kann man in den Griff kriegen, indem man hinreichend Redundanzen im System noch schafft. Für mich ist das große Problem die Versionierung. Also wirklich eine Aussage darüber machen zu können, wie ein bestimmtes Segment des Linked Data Web vor drei Jahren aussah. Das ist fast unmöglich. Da fehlen Standards. Vielleicht ist Standard die entscheidende Frage an so einem Punkt. Weil ich würde sehr gerne wissen, Sie sagten also die eigentliche der Nukleus oder die erste Instanz sind diese Triple Statements und was bei Archiven, was bei überhaupt Zuordnungen von Kunst und von allem möglichen doch sehr wichtig ist, Definitionsmacht. Gibt es über diese Triple Statements irgendjemand, Definitionsmacht hat? Gibt es einen Thessaurus, wohin man das ordnen muss? Oder wie ist das? Das ist World Wide Web. Das World Wide Web hat keine Regierung. Und Sie können im Web niemandem Anweisungen erteilen. Es gibt ein Komitee des World Wide Web Consortium, das die syntaktische Definitionsmacht hat über diese Triple. Das sagen kann, wie die syntaktisch aussehen müssen und welchen Regeln ihre Organisation gehorchen muss. Aber inhaltlich kann keiner eine Vorschrift darüber machen, wie sie zu verfassen sind. Die letzte Frage vielleicht jetzt noch. Ich wollte zur Multilingualität fragen, was ist doch Europäaner. Was habe ich darin nicht abgebildet gesehen? Darüber habe ich jetzt gar nichts gesagt. Das hätte meine Kollegin Vivian Petras auch besser getan als ich. Multilingualität können wir herstellen über Konzept Interoperabilität. Der traditionelle Ansatz für Multilingualität ist ja meistens, dass man irgendwie lexikonbasiert oder mit natürlichsprachigen Prozessierungstechniken versucht, Sprachtatbestände aufeinander abzubilden. In diesem Ansatz hier sehen wir die Chance, dass letztlich die Interoperabilität nicht auf der Label-Ebene, also der Ebene der Wörter hergestellt wird, sondern auf der Konzeptebene, die dahinter liegt. Und damit kriegen sie eine ganz andere Basis für Multilingualität. So weit sind wir aber derzeit noch nicht. Derzeit haben wir natürlich ein Multilinguales Interface in 20 europäischen Sprachen, aber die echte Unterstützung von Multilingualen Retrieval-Operationen beispielsweise steht immer noch am Anfang. Jetzt kommt die allerletzte Frage. Ist auch ganz kurz. Ich habe gesehen, Sie beschäftigen sich viel mit Architekturen und schönen Ontologien. Meine Frage ist, beschäftigen Sie sich auch mit Nutzern von diesen Ontologien? Und wenn ja, denken Sie an Schulen, Hochschulen oder Wissenschaftsbetrieb an sich oder auch Entertainment? Ich denke natürlich selbstsüchtig, wie ich bin, vor allem an den Wissenschaftsbetrieb. Ich werde dazu auch, wenn die Kommission den Vertrag unterschreibt, ab 1. Februar hier in Berlin ein Projekt haben, in dem es darum geht, wie die digitalen Geisteswissenschaften solche Ressourcen nachnutzen können. Einige, der am Projekt beteiligen, sitzen ja auch im Raum. Aber das ist natürlich nicht die einzig denkbare Zielgruppe. Man kann an Schulen denken, man kann an Genealogen denken. Im Grunde ist dies eine Technologie, die sehr demokratisch ist und sehr viele unterschiedliche Nachnutzungsszenarien ermöglicht. Ich interessiere mich für eins besonders, ist aber nicht das einzig Maßgebliche. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.